Weiter geht's. Kannst du schon mal landen? Ich sichere mal die Landenzone. Das ist für Helena Rosenthal, verdammt. Nicht dein Fehler. Aber Gott, sie ist weitergegangen. Ich habe keine Ahnung wie viele da sind. Nein, das ist weg von mir. Da ist noch mehr. Jetzt müssen wir auf dem Dach landen. Wo willst du denn auf dem Dach landen, hä? Da hinten, nee. Okay, ich komme da hin. Gut, machen wir. Jetzt gibt's ein bisschen Action. Tschü. Anschneid! Ich hatte schon seit einer Weile was im Nacken. Das wird jetzt etwas... Hallo Leute! Okay, ich flieg zwischen die Häuser. Das dürfte sie aufhalten. Und das funktioniert? Keine Ahnung. Verdammt! Schüttel ihn ab! Fliegt auf euch Manövers! Das musst du mir nicht sagen. Mein Urgroß war dann über London, den Pfeil ist geflogen. Du wirst wieder weg! Sehr gut. Merkisch, diese Wichser hier. Sehr gut. Machen sie mal einen nach dem anderen platt. Ah fuck. Der hat mich. Ich muss echt aufpassen. Ich muss echt aufpassen. Nein, nein, nein. Schieß ihn ab! Perfisch! voll weg voll weg fuck fuck Ich hab ihn nicht getroffen. Wie soll ich denn davon noch erledigen? Das ist mal so ne Frage. Es ist zum Kotzen. Man, ich will das schaffen. Danke scheiße nochmal. Sehr schön. Erledigt. So macht gute Arbeit. Schon so viel erledigt. Erschießen. Mach ihn fertig. Weiter. Ist nicht einfach. Der Typ steuert das echt unglaublich scheißend. Das ist ein kleinerenifsachsitzenderer der Anjunk人民jahr. Aber das geht dann. Aber ich muss sagen. Der Typ in die schönen Person. Der Typ in die Sonne. Der Typ in die Sonne. Das ist ja nur wichtig. Der Typ in die Sonne. Okay, ich nehme das noch mit. Kümmer du dich um die Triebwerke. Ich halte sie auf. Oh ja, Sir. Natürlich, Sir. Ich darf das Flugzeug des Herrn reparieren, während er ganze Alien-Horten ins Jenseits schickt. Ganz toll. Deshalb bin ich zur Armee gegangen. Schon fertig? Ja. Ich wollte dich noch nicht stören, weil du gerade so viel Spaß hattest. Oh, oh, oh. Das können richtig heftig werden. Okay, ich denke, wir kriegen ihn wieder flott. Aber ich brauche noch ein bisschen. Gut. Hast du das schon mal gesehen? Was ist das? Was ist der Teufel? Tüten wir es einfach! Am letzten Fahrer funktionieren! Also, das ist der Teufel ist etwas. kaputt machen so ist er nämlich angreifbar und macht so ist er die richtung allen war für noch um Fuck. Was könnte er gehen? Geh kaputt du verdammtes, elendes Drecksviech. Bist du so noch nicht kaputt, mir bestimmt gleich gedacht. Ich kann mich an den so erinnern. Einfach nur. Du scheiße. Der ist echt kacke. Hmmmmmmmmmmmmmmmm. Okay, come on Buzi. So, ich besiege den jetzt. Okay. 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 Okay, okay.